ja moin moin liebe gaming freunde und herzlich willkommen hier auf meinem youtube channel crime is gaming und damit zu einer weiteren folge von minecraft online auf dem gomme hd server mit dem spielmodus bad wars ja ich entschuldige mich schon mal im vorhinein voraus keine ahnung was sagt für eventuelle probleme da ich windows 8 quasi installiert habe und ich dieses betriebssystem total hasse aber ich möchte mein windows 7k nicht für windows 10 verschwenden deswegen windows 8 ja das habe ich schon mal in der video gesagt deswegen soll das jetzt keine probleme darüber geben wir spielen auf der map vulkano oder welt kenne keine ahnung wie es heißt in der größe vier mal vier ja und dann hoffe ich natürlich mal die map ist geil habe ich mal gespielt hier oben so wie wäre der berg und hier kann man so richtig wechseln mäßig was ruppen und sich hierhin stellt können wir an eventuell ein bisschen mehr irgendwie kommen wir zumindest so vor ich weiß nicht ob das so stimmt aber ich würde sagen wir müssen jetzt mal ich war jetzt verklig ich mir neue so wir müssen was hat er gerade geschrieben ich habe es gar nicht lesen können so wirklich aber sonst nicht interessieren ich hoffe mal dass die 60 blöcke jetzt bis zum müde reichen wenn wir schnell sind können wir es eventuell schaffen ansonsten also nicht kann man nichts machen es ist mit reinem glück verbunden oder mit währendem wissen man weiß es nicht wenn wir dort 21 nein 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 hier kommt aber auch keiner mit von den blinzen sie sollen wir wenigstens ein bisschen was abgeben hier damit ich ich bin irgendwie gerade der einzige der sich in der vorne bot wir werden jetzt einfach mal bedacht uns nicht nach oben bauen am ende ja genau können die junge genau nein da war schon einer das war natürlich jetzt dämlich aber ja gut ja danke 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 jetzt brauchen wir mal ein bisschen da bauen sie sich schon zu da oben das heißt wir können uns mal ruhig kommen wir nicht an in der welt ja naja egal ich möchte gern das haben jetzt brauche ich natürlich noch ein bisschen für die rüstung na komm so können dir haben wir das einsatz welches haben wir das gott shirt 1 naja gut so wir kämpfen ja mal kurz ich glaube wir müssten da oben auch mal langsam etwas zu bauen ich glaube darum kümmere ich mich gleich mal so ein bisschen an der ich brauche 7 dafür das ist natürlich jetzt nicht so geil ich hoffe man dass ich auch alle minecraft in game einstellungen genau wieder so übernommen habe wie ich auf windows 7 hatte aber da bin ich jetzt nicht ganz sicher aber wenn es ja auch nicht so schlimm so auf jeden fall um uns erstmal äpfel keine spende für die bedürftigen so ich habe gesagt so jetzt können wir uns mal den hier ich brauche nur noch ein gold dann können wir uns nicht schon das eisenschwert gönnen ja sehr gut dann können wir nämlich das hier wieder reinlegen wir sind team grün also okay das definitiv nicht unser bed nein er würde es einfach abbauen bitte nicht ja nein habe ich überhaupt nicht gesehen gehabt holy shit alter also schnell kann das gehen hätte jetzt der climax nicht gehandelt ich hätte euch gesagt nein nein aber ja das ist ja jetzt gerade glück gewesen hätte also etwas glück er hat sich bestimmt gewinnen ohne hat er nicht wobei er könne ich jetzt nämlich hier mal fett das sind dann kriegst du das hier wieder und dann gehen wir mal vor ein bisschen mit wirken eventuell können wir da auch ein bisschen was reißen gerade eben war mir auch nicht so schlecht gewesen not so bad ja unser team dominiert hier auf jeden fall das muss man einfach mal ganz klar sagen wir müssen bloß gucken dass von uns jetzt hier keiner vom gegner team keiner rüber geht gelb go go schreibt die raxel ja ich glaube einer sollte in der mitte bleiben nicht dass die jetzt alle die mitte steuern wenn ihr das jetzt nicht so der plan hat da gerade ein gold ja oh das läuft ja schon gut bei dem teams auf jeden fall hier kommt auch keiner gut entweder die waren noch nicht in der mitte oder die trauen sich einfach nicht man weiß es nicht das ist der rote oder ich ich glaube er sieht uns nicht wo ist er wo ist er wo ist er ja den habe ich nahe what the fuck hä lol äh äh gott wieder ausrüsten fix ane dem 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 nein das war das falsche wir brauchen natürlich das da einmal das eisenschert bitte das freut dem so spitzacke brauchen wir natürlich auch noch so und bogen werden die schlechter war jetzt kein unbedingt haben ist es auch nicht so bad so kann der mich den glück genutzt haben weil das geht ja gar nicht aber das ist wirklich ein bisschen unrealistisch aber der gelbe hat sich gerade gegönnt vom gold aber kann keiner mit der war eine gute augenl oder selber so schnell response kann natürlich auch sein da habe ich nur plan wo ist ja aber da ist ein alles grün so die basis hierzu aber umso mehr zeit wir in der mitte haben umso mehr gold bekommen wir das bedeutet wir dominieren dann haben mehr chancen auf einen sieg ne was ist denn das hier für ein team ich glaube das ist blau sehr gut ich brauche einen bogen aber da gibt mir bogen oh hier ist auch keiner und da machen die ja dicht oh ne leute wo sind die sind hier rüber gegangen es könnte sein alles ist ein grüner ok oh ne alter können dir doch mal keinen bogen ne ich glaube das würde es nicht bringen aber sehr ob der plan aufgeht ja gut ich glaube der ist gestorben an die da wurde runter geschossen ok das ist natürlich umso besser zwischen der fun player aber ich brauchte nur so einen behinderten bogen wenn ich den bogen ab dann bin ich der über pro nein nein aber mit bogen ist einfach viel besser ähm ja einfach besser zu kämpfen nice alter ja 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 so hier ist schon mal wieder gold und da auch somit können wir zurück zu unserer basis ich hoffe dass mich jetzt hier keiner runter ballert die chancen stehen natürlich oh shit ich will jetzt nichts essen ich will jetzt nicht stehen bleiben wer hat mich untergebracht da kam feier geflogen ich habe den gesehen kanal ist so wie hier der name so alle 19 gold die haben eigentlich gesagt oh ne bitte nicht das gold team kiste ist ah ja ok können wir den mal die haben uns ja auch so richtig gut geholfen muss ich mal ehrlich sagen können wir uns noch mal so eine rettungs plattform war die nicht hier dabei ne hier ne aber dann hier oder ja ja genau nach einer neuen spitz sacke kaufen für ein gold so natürlich voll equip so jetzt immer ein tier würde ich mal sagen so genau so sind die perfekte ausrüstung wenn ich jetzt nichts vergessen habe das weiß ich jetzt nicht aber ich bin mir nicht ziemlich sicher dass da rechts ein blauer ist der mich gleich runterschießen wird ja geschafft 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 nice 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 es ist natürlich sehr weniger gut hier ist auch keiner na kurzes gold für unser teams helfen weil wir sind ja so gut wie equipped full equipped muss man dazu sagen wo ich glaube wir brauchen erst mal die verstärkung auf team da hinten wir bräuchten irgendwie so ein bisschen mehr oh power oh das ist es 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 oder 2 Nein, fuck Sorry Ja, 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 sehr gut, sehr gut Nice, you die Slow motion Nein, ja, genau, shit Das einzig, was wir eventuell brauchen ist, äh, das da Und Ah, jetzt das ganze Eisen natürlich weg, äh, Gold natürlich weg Hm, ja, kann man wohl nichts machen Können wir uns erstmal einen ordentlichen Schutz hier Ähm So, ah, ich hätte ja auch gleich da hingehen können Naja, egal Was soll's Sogar schön angeordnet hier Äpfel wollen wir natürlich haben Ähm, ey Ey, gehst du weg So, dann nehmen wir natürlich die 64 Stück So, drei Da haben wir schon mal einen Bogen wieder sicher Vielleicht tut der aber was in die Kiste rein Ne, irgendwie nicht Oh, elf Gold Holy Moly Jetzt kann man uns aber gönnen Und zwar Äh Ein Ähm Ich hoffe, man das verzeihen die mir jetzt Und ja, die sechs können ja wieder an mir Das ist ja kein Problem Ja, ansonsten Das können wir da rein Ja Ah, ein Pfeil bräuchte ich mal noch Und jetzt ist sie wieder weg Und nee Ah, hier ist Gold Hier ist Gold Bam, 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 bam So, jetzt haben wir eins Okay Das könnt ihr auch haben Mir war das gerade, als ob der ja nicht durchgegangen ist Aber irgendwie gerade nicht Okay Okay, jetzt schnell wieder in der Mitte die Base einnehmen So, dass wir die Mitte quasi haben Okay Team Rot ist raus Das leckt aber ganz schön rum von den Spielern her irgendwie Woran liegt denn das bloß, ja Ah, hier war dann quasi Team Rot gewesen, genau Oh Leck Bei den House Steps, da leckt es immer irgendwie übel Oh, da hinten Ne, das tun wir uns einfach mal nicht an Oh, shit, 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 shit Oh, da kam ja jemand Oh, fuck, 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 fuck Ah, scheiße Also, ich hab gar nicht, das war einer aus meinem Team Naja, egal So, da gönnen wir uns erstmal wieder eine Rüssi Upsala Ah ja, ein paar Äpfel auf jeden Fall So Ähm, natürlich Steinspitzhacke ist ja klar Ansonsten, ja gut, Blöcke können wir natürlich noch machen So, könnt ihr schon wieder haben So, das auch Ich bräuchte nur ein Gold, bräuchte ich noch Gib mir ein Gold Schnell Ah, shit Der hat Hat mich erwischt, der Typ So, jetzt aber Ich glaube, wir sollten vielleicht erstmal einen Bogen nehmen Aber ich denke mal, dass die gut da vorne dabei sind Von daher verzichte ich jetzt einfach mal auf den Bogen Und wenn die kommen, dann sollen sie noch kommen Ist mir auch egal Ja, gut, die kommen ja eh nicht hoch Also mal davon abgesehen Die müssen ja immer den nächsten Block da wegkloppen Damit die ja an den nächsten quasi rankommen Ich tue mal so, als wäre ich AFK so ein bisschen Ah, der hat einen Bogen Der hat einen Bogen Der hat einen Bogen Nein, der zieht auf mich Das Reaktion, ey Brauche einen Bogen Einen Bogen, Bogen, Bogen Von mir aus kann der ruhig durchkommen Aber der wird nicht weit kommen, schätze ich mal Nein, da werde ich jetzt nicht vorgehen Dann ist meine Rettungsplattform noch, ey Spät ausgelöst oder so Ich glaube, ich bin natürlich falsch angestorben Geht's Bäm, bäm Ja, mein Gott, Bogen Das haben wir alle mal gemacht, ne So, ob das jetzt so Schlimm wäre oder so Ah, hier ist auch nichts mehr drin Schade, 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 schade Das wäre jetzt natürlich perfekt gewesen, ne Aber leider nicht Hm Los jetzt hier 3 Döhm Döhm Sehr zum Bogen Lass mal einen Bogen hinzeigen Von der 1 Gold Nein, 1 Gold noch Shit, das hat er gerade eingesammelt Ja, wenn ich jetzt da vorgelehr, der hat einen Bogen, der schieb ich nicht runter Das kann ich jetzt nicht bringen Wir müssen hier die gelben strategisch auslocken Würde ich mal sagen Ja, da ist ein Gold drin, perfekt Das ist ja geil So, jetzt haben wir nämlich schon mal ein Gold für einen Pfeil So Ja, genau Wie wir das gemacht haben Ich glaube, der, der jetzt so gut äh Equipped war, der ist Down, glaube ich So So Einliefern zu den Leuten da Wenden So Also das geht mit Team Blau Team Blau hat sich fortverdienst Ja gut, also müssen wir taktisch jetzt hier vorgehen Ich glaube, da ist nur einer irgendwie, der sich da was gönnt, kann das sein Ja, Leute, habe ich doch getroffen Hm Ich muss unbedingt schnell raggen Hä Ihr fliegt kein Weih Was soll das denn Jo, den hätte ich doch alle Male getroffen, Alter Was soll das denn bitte Ja, da ist gleich mal einer geläftet Klaro Oh, oh Das Das ist überhaupt nicht gut, was wir gerade machen Meine gut, jetzt sind doch ein paar Flicks gute Teams hier Also wirklich Not bad Wenn wir Ich habe aber nicht gerade den Namen gesehen Ja, okay So Ich glaube Ich glaube Eine Enderperle kostet 13 Hä Warum schießt das kein Pfeil hier Hey, yo Als ob da einfach ein Blauer von hinten kommt What the fuck, Alter Und ich habe natürlich das ganze Gold rausgenommen aus der Kiste Ach, Crymax, Crymax, Crymax Shit Auf jeden Fall können wir uns eine dicke Rüssi machen Das ist schon mal Nicht der Vorteil Ich glaube, das können die anderen Teams auch, glaube ich Aber egal Was soll's So, ich glaube, da kämpfen die schon wieder da hinten So Ich möchte unbedingt das dicke Schwert haben So, drei Hammer Können wir uns einen Bogen quasi holen So Damn, damn Ich weiß nicht, ob wir uns erstmal bogen oder erstmal Ist ja die Frage Ob wir uns erst mal ein Bogen gönnen sollen Oder erstmal Oh Oder erstmal ein Eisenschwert Ich glaube, wir gönnen uns erstmal ein Eisenschwert Weil wenn doch jemand in unsere Base kommen sollen Haben wir natürlich wirklich ein Problem Es ist natürlich nicht zu unterschätzen Aber bitte kommen doch, du Gold Ah, da kommt's Ähm Ah, ne, jetzt hab ich ja Hey, Leute, da war ja jetzt eins drin, okay Okay Ja, gut Wenn das so ist, dann ist es so So, und für das können wir uns schon mal jetzt einen Pfeil kaufen Grob gesehen Dann sparen wir nur noch für Ja, für Den Bogen halt Für den teuren Ich glaube, wir sind hier die, die irgendwie dominieren Also es Tut mir so gut wie gar keiner Da links ist ja eh alles Down Sehr gut So Zwei Gold haben wir schon mal Ist hier noch was drin? Ne, okay Aber meistens mal da rein Ich hoffe, dass das mein Team da nicht Stealte Oh, oh Was ist mit Team Blau eigentlich los? Die werden sich da so Deffen, schätze ich mal Wir haben keinen Bogen Wir können Ah, das ist natürlich jetzt Dumm Mal als ob der uns hier irgendwie Verarschen können Oh, shit Zwei Gold Und yo Mitte Küste So Jetzt war es drei Aber So wie ich doch die Leute Können es Gehen sie sich komplett alle drei Und nicht nur zwei, oder? Wie geht das? Ja, genau Ja, würde ich persönlich aber auch so machen Also Ich nicht anders machen quasi Ah, die haben einen Bogen Ey, das ist Stopp mal Oh ja, die haben immer noch Bogen Shit Die können langsam mal Oh, Team Blau Sieht aus Als ob die Team Blau Nehmen würden Äh, warte ich fort Oh, shit Oh, shit Nein, 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 nein. Boah. Fuck, Alter. Jetzt haben wir natürlich ein Riesenproblem. Oh, fuck, 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 fuck. Ja, komm, bitte, bitte, bitte. Flieg. So, ich hoffe jetzt einfach mal, dass die mich hier in Ruhe lassen. Komm, bitte, ich will erster sein oben. Oh, no, der ist erster. Naja, egal. Okay, gelb ist down. Nein, die haben extrem gut gespielt. Das muss man den einfach mal lassen, also. Nicht schlecht, aber ich glaube, da oben ist ein Blauer, da oben ist ein Blauer, da oben ist ein Blauer. Da oben war ein Blauer. Ich hoffe jetzt mal, dass der keinen Bogen hat. Der will jetzt zu uns, ist klar. Der will sich gönnen bei uns, Alter. Hey, yo, als ob der nicht stirbt. Aber okay, jetzt. Warum springe ich immer eigentlich, wenn ich angreife? Ich weiß es nicht so richtig. So, jetzt hat er Team Blau. Sogar alles ohne Bogen gelöst hier. Perfekt. Manchmal braucht man doch keinen Bogen im Leben. Sondern nur dann, wenn man ihn braucht. Boah, hör mich auf hier an, das war ja unsere. Ich hätte mir definitiv eine Spitzakurense. Aber, gut, was juckt's. Sehr gut. Ja, Außenhochbahn ist, glaube ich, die bessere Variante. Wo sind die jetzt beide? Ich wette, die laufen jetzt zu uns. Ah, da hinten läuft einer. Ich glaube, das ist aber unsere, oder? Läuft der jetzt zur falschen Base? Alter, ich hoffe. Bitte, 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 bitte. Bitte lass es Team Blau sein. Verdammter Scheiße. Oh, nee, Alter, da ist... Das war... Das war ein Gelber. Oh, stopp, das war ein Gelber. Ich bin so dumm, wir sind doch Team Grün, ey. Das ist doch mein Gegner gewesen, Alter. Na, komm her, komm her, komm her, komm her. Äh, das sind die normalen Kiddies, ja, ne? Ähm, scheiße, scheiße, scheiße. Der gönnt sich jetzt richtig hier. Ja, ja, ja. Alter, yo, der hat mich jetzt abgebaut. So. Wo ist der? Ist der Blaue hier? Wo ist der denn bitte? Hä? Das ist ja hier. Hide and Seag and Bad Wars, Alter. Was ist denn hier los, ey? Also, das geht immer gar nicht rund hier, sowas. Hä, lol. Ah, okay, sieben Gold. Jetzt freut den Bogen natürlich auch nicht mehr. Sag mir doch bitte einfach nur, wo der, wo der Blaue ist. Ist der doch an seinem Home da irgendwo? Das kann ich mir aber gar nicht vorstellen, dass der da ist. Doch, er ist da. Scheiße. Der Bogen hat sie mal jetzt am Arsch, am Arsch, am Arsch. Get down, mein Freund, get down. Yeah. Dann, g, g, meine lieben Freunde. Dann sehen wir uns natürlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut da rein. Bye, bye. Ich bin raus.